Corona-Tracker – die App, die der Community hilft, sich gesund zu halten. Heute zählt Deutschland über 22.000 Infizierte mit hoher Dunkelziffer. Jeder Infizierte infiziert statistisch drei weitere. Bin ich gesund? Ist jemand aus meinem Kreis erkrankt? Und welche Orte sollte ich meiden? Die Challenge dabei, Kontaktpersonen zweiten Grades automatisiert zu ermitteln, sodass diese sich in Quarantäne begeben können. Der Benutzer gibt dazu anonym seinen Gesundheitsstatus mit seiner Handynummer ein. Die App begleitet anschließend die User auf ihrem Weg und benachrichtigt live bei Risiken. Die Community hält sich so gegenseitig gesund und je größer sie wird, desto mehr Menschen können wir damit schützen. Außerdem sorgen wir für Datensicherheit, indem Bewegungsprofile gehasht und nach 30 Tagen gelöscht werden. Wir streben nach einer großen Verbreitung der App über Social Media und andere Wege. Zum Beispiel über Social Media Kampagnen und Influencer. Hier ein Beispiel, wie das aussehen könnte. Die App warnt die Community bei Infekten, gleicht Geodaten ab, schickt Leute frühzeitig in Quarantäne und informiert, wo man sich besser fernhalten sollte. So flacht die Kurve mit der Zeit ab. Beim Hackathon ist es uns gelungen, uns im Chaos der guten Ideen zu organisieren. Wir sind stolz, dass wir nach 48 Stunden so etwas erreicht haben. Und das sind wir. Corona-Tracker-App.org Corona-Tracker, die App, die der Community hilft, sich gesund zu halten.